Und ich begrüße euch, guten Tag, ja oder was geht? Hier ist wieder Tobi, wir sind zurück bei unserer Karriere in FIFA 17 mit der SG Dynamo Dresden. Ich muss gerade ganz ehrlich zugestehen, ich musste das jetzt hier gerade zweimal aufnehmen. Ich habe davor tatsächlich gesagt FIFA 17 mit dem FC Arsenal. Genauso wie ich bei The Journey beim Schneiden festgestellt habe, dass ich da etliche Male FIFA 16 statt FIFA 17 sage. Geht wahrscheinlich nicht nur mir so, also wir müssen uns da alle ein bisschen dran gewöhnen. Das ist wie wenn Neujahr ist und ihr dann den ersten Tag an der Schule habt und die erste Arbeit und jeder schreibt doch dann prinzipiell erstmal das vergangene Jahr auf. Ich kenne das doch noch, ich kenne das doch noch. So, wir gehen in unser erstes Spiel mit Dynamo Dresden. Wir haben mit Pulisic und Tammy, Andrew Caesar glaube ich, zwei potenzielle Neuverpflichtungen, die ich richtig gut finden würde auf jeden Fall. Und ich würde einfach sagen, mit der Elf versuchen wir es heute, oder? Wir haben uns ja beim letzten Mal schon Gedanken gemacht. Und das wird unsere Aufstellung, das ist unsere Bank und die hier unten, ja, sind nicht schlecht, aber spielen für uns keine vordergründige Rolle. So, und damit würde ich sagen, gehen wir zu den Spielen. Beziehungsweise in das Spiel hinein. Ich muss auch gerade überlegen, ich habe gar nichts irgendwie zu dem Trainingsrat mitbekommen. Vielleicht habe ich es auch einfach vergessen, ich weiß es nicht. Naja, gucken wir mal, für was es reicht. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Also das Turnier selber, das findet in England statt. FIFA 17 ist jetzt erst rausgekommen, deswegen mache ich diese Spiele hier mal, glaube ich. Warum hat denn der das Ding nicht getroffen? Naja, naja, gut gemacht. Wenigstens was. So, da würde ich sagen, gehen wir rein ins Spiel. Also, dieses Vorbereitungsturnier, es dient, um einfach ein bisschen zu gucken, wie kommen wir mit der Mannschaft klar, wie kommen wir mit dem System klar. Ach, das ist nicht Orleans irgendwie aus Amerika. Das ist ein französisches Team, dann heißt es bestimmt Orlan. Wahrscheinlich heißt es dann Orlan. So, also Dynamo Dresden gegen US-Orlan. Gehen wir rein in die FIFA 17 Karriere. Unser erstes Spiel mit Dynamo Dresden. Und das war erstmal direkt ein Foul. Berko, da drüben auf der Seite. Berko, direkt mal mit dem Abschluss. Der ist gar nicht so schlecht. Erste Schusschance für die Dynamo nach knapp drei Minuten. So, und ich weiß nicht, inwiefern wir uns hier als Favorit bezeichnen können gegen einen französischen Zweitligisten. Berko im Zusammenspiel. Ja, da ist die Riesenchance gewesen. Der Pfosten rettet hier die in schwarz gekleideten Franzosen vor dem 1 zu 0 von Dynamo Dresden. Der war schon im Aus. Georgia müsste das sogar gewesen sein. Der den Ball da an den Pfosten gesetzt hat. Ein sehr platzierter Schuss. Hat er richtig gut gemacht. Nur mal kurze Frage zur Kameraperspektive. Irgendwas ist hier nämlich komisch. Vielleicht finde ich es auch einfach nur komisch. Und es ist ganz normal. Ah, Steuerung anpassen. Dürfte das nicht sein. Es müsste die Spieleinstellung sein. Die Kamera Standard. Das ist die... Übertragung Tele-Standard. Das ist wirklich die Standard-Kamera. Pro-Clubs-Kamera. FIFA 16 Standard. Äh. Warum bin ich hier gerade so verwirrt? Es sieht ein bisschen anders aus. Vielleicht... Keine Ahnung. Vielleicht liegt es am Stadion. Ich weiß nicht. Okay. Dann... Wollen wir uns davon jetzt nicht zu sehr beirren lassen. Fakt ist übrigens, spielerisch ist FIFA 17 deutlich anders. Lamberts. Der mit Abstand erfahrenste aus dieser doch insgesamt relativ jungen Mannschaft. Stefaniak mit Testort, aber der Ball kommt nicht durch. Baller ist gut aufgepasst. Baller ist gut aufgepasst. Die Dynamo macht das richtig gut. Und Flankenball weggepasstet. Das, was man hier aus diesen ersten Minuten gewinnen kann, an Eindrücken über Dresden, ist, dass das eine junge, engagierte Mannschaft ist, die aus Leidenschaft Fußball spielt. Schade. Viele gute Ansätze, auch schon viele gute Chancen, die wir uns herausgearbeitet haben. Jetzt der erste Abschluss der Franzosen. Der ist aber ungefährlich. Schwebe muss sich da nicht wirklich einschalten. Stefaniak verliert den Ball. Jetzt nochmal die Möglichkeit. Hula über den Flügel. Sie könnten es schnell spielen. In der Mitte gibt es genau zwei Anspielstationen. Hula immer noch mit dem Abschluss. Aber der segelt am langen Pfosten vorbei. Die Dresdner haben jetzt den Fuß ein bisschen vom Gas genommen. Lassen wir uns etwas ruhiger angehen. Berko startet auf dem Flügel durch. Berko. Macht das gut. Die Flanke. Da waren auch etliche in der Mitte. Also Stefaniak war das dort in der Mitte. A. Osman und Testroth. Aber keiner ist im Endeffekt an den Ball gekommen. So und jetzt spielen wir das hier sicher aus. Stefaniak mit Giorgia. Aus Mann. Ja in der Mitte sind jetzt nicht ganz so viele. Jetzt starten mal welche ein. Berko mit dem Kopfball. Der aber weit über den Kasten geht. So halbe Stunde ist gespielt. Dresden nicht mehr ganz so präsent. Aber immer noch die deutlich bessere Mannschaft. Testroth. Immer noch Testroth. Setzt sich fast durch. Es gibt Abstoß. Kein Eckball. Er hat eigentlich auf Eckstoß gezippt. Schiedsrichter sieht es anders. Und Sissoko mit dem Abstoß. Wir gewinnen viele Kopfball-Duelle. Stefaniak. Das macht er richtig gut mit Testroth. Schade. Sehr guter Gedankengang. Sehr schöne Idee. Der Doppelpass. Der leider nicht durchkommt. Wir müssen natürlich auch sagen. Die fußballerische Qualität kann hier nicht so hoch sein. Wie in FIFA 16 mit dem FC Arsenal. Meiner Meinung nach ist das aber ganz normal. Und ich habe mich natürlich auch für Dynamo Dresden entschieden. Weil es eben für mich, der jetzt nach Köln gezogen ist. Und eigentlich aus dem Osten kommt. Doch so eine Herzensangelegenheit ist. Oder? Dass wir da einen Ost-Klub nehmen, der nicht Leipzig heißt. Das hätte auch keine Ahnung. Das hätte Union sein können. Das hätte Aue sein können. So jetzt muss Dresden hier ein bisschen aufpassen. Jetzt sieht das erstmal nicht mehr ganz so sicher aus. Im Endeffekt klärt man den Ball. Aber man holt ihn sich da auch ein paar Mal wieder. Berko ist dazwischen. Stefaniak kommt nicht ran. Jetzt aber im Zweikampf will sich den Ball wiederholen. Wie gesagt, das ist engagiert. Das ist leidenschaftlich, was Dresden hier macht. Bisher aber noch nicht mit einem Tor belohnt worden. So jetzt nochmal die Dynamo. Stefaniak startet. Stefaniak. Ja schade. Will in die Mitte ziehen. Es gibt nicht mal den Einwurf. Und Halbzeit 1. Neigt sich dem Ende entgegen. 0 zu 0. Immer noch zwischen Dresden und Orléans wahrscheinlich dann. Französisch ist jetzt nicht meine Stärke. Berko kommt nicht durch. Ciani. Auf dem Flügel. Ciani. Setzt sich da erst durch. Aber Berko. Der gefällt mir sehr gut. Arbeitet mit nach hinten. Bietet sich jetzt sofort wieder an. Berko. Und dann ist Halbzeit. Also 0 zu 0 nach 45 Minuten. Dresden fing Furios an. Hat allerdings vermasselt das Tor zu machen. Aber dafür haben wir jetzt noch einmal 45 Minuten Zeit. Ich habe im Übrigen generell das Gefühl, dass man in FIFA 17 weniger Tore schießt als noch in FIFA 16. Wir haben jetzt mal das Pressing aktiviert. Versuchen damit jetzt also Druck auf den Gegner ausüben zu können. Jetzt kommen aber erstmal die Gäste hier. Gut ins Spiel. Schuss abgefälscht. Das ist ein Eckball. Der wird getreten von Ciani. Landet aber im Endeffekt bei Ballas. Und der nimmt sich jetzt den Ball. Ballas. Mit Stefaniak. Ah, Osman mit dem Versuch auf Ballas. Der bleibt aber stecken. So, und jetzt spielen die Dresden aber Fußball. Testrutsch. Schade. Stefaniak macht einen sehr guten Eindruck. Ist Passgeber. Aber kann auch selber ins Dribbling gehen und die Abschlüsse suchen. Das muss ich sagen, gefällt mir sehr gut. Berko, ja, ein bisschen zu unbestimmt. Freistoß aus einer guten Position. Ziani. Ziani. Ziani lupft ihn in die Mitte. Und da mussten wir dann tatsächlich auch parieren. Das war die erste richtige Tat. Von unserem Keeper. So, können wir jetzt hier rausspielen. Aus, Mann. Georgia. Draußen ist Berko. Mit Stefaniak. Das hat er gut gespielt. Stefaniak. Immer noch Stefaniak will den Ball in die Mitte bringen. Holt zumindest den Eckball raus. Ja, danke. Ich habe in der Demo gelernt, wie das geht. So, Stefaniak. Der ist nicht schlecht. Georgia. Und der Ball landet fast bei unserem Stürmer. Stunde gespielt. Freistoß jetzt für die Franzosen. So, der ist nicht schlecht. Der ist nicht schlecht. Schwäbe. War also jetzt in Halbzeit 2 des öfteren Mal wirklich gefordert. Müller. Jetzt mal über den Flügel. Entschuldigung. Entschuldigung. Testrot. Stefaniak. 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 Aber leider reicht es nicht. Der macht aber trotzdem hier ein gutes Spiel. Gefällt mir. Ich muss mich selber auch erstmal an FIFA 17 gewissermaßen gewöhnen. Das möchte ich an dieser Stelle mal sagen. A. Osman kommt da wahrscheinlich erstmal nicht ran. Und es gibt Einwurf für Dresden. Gut 20 Minuten vor Abpfiff der Partie. Der Pass war nicht gut. Jetzt heißt es sofort wieder nach hinten arbeiten. Ciani gegen Taixera. Taixera geht in den Zweikampf. Macht das an sich nicht schlecht. Trotzdem bleiben die Gäste im Ballbesitz. Mit dem Abschluss. Und das ist die beste Chance. Für Orlea gewesen. Ich weiß nicht, ob Schwäbe da rangekommen wäre. Und da sah Taixera im Endeffekt auf der rechten Abwehrseite nicht gut aus. Jetzt nochmal die Chance. Und das war eine hundertprozentige. Die sie da jetzt liegen lassen. Dresden ja anscheinend. Kommt jetzt zum Tragen, dass das Team eben noch nicht allzu eingespielt ist. Dass der Tobi FIFA 17 noch nicht so viel gespielt hat. Und die Gäste werden hier besser. Ecke. Viertelstunde noch. Wir können mal gucken, was geht denn so in Sachen Wechsel. Kutschke könnte kommen für Teströt. Und. Hauptmann für A-Ausmann. Probieren wir es mal damit. So. Der Eckball. Der ist an sich nicht schlecht getreten. Am Ende hat ihn Stefaniak. Und der begibt sich jetzt auf die Reise. Stefaniak. Mit dem Ball auf Hauptmann. Der wurde gerade eingewechselt. Hauptmann mit der Chance. Hauptmann. Macht ihn nicht rein. Macht ihn nicht rein. Das war die Riesenchance. Niklas Hauptmann. Hätte das Spiel hier entscheiden können. Das ist schade. Das hätte mich jetzt sehr gefreut, wenn wir den hier einwechseln und der sofort zum entscheidenden Faktor wird. Und schade. Schade. Unglücklich von Müller abgefälscht. Landet. Wieder bei den Gästen, die dieses Mal das 1 zu 0 machen. Das ist ganz bitter, weil wir natürlich vorher die Chance liegen lassen haben. 1 zu 0 für Ordeon. Schwebe kann nichts machen. Und da standen wir in der Innenverteidigung zu offen. Zu offen. Teixeira muss sich da mehr in die Mitte orientieren. Und dann ist das ein ganz starker Schuss. Geht vom Innenpfosten rein. Schade. Dresden hat sich hier eigentlich ganz gut verkauft. Berko. Mit dem Ball auf Stefaniak. Der macht im Gegenzug das 1 zu 1. Dresden antwortet. Na so kann das doch gehen. Warum muss man da 85 Minuten drauf warten? Berko mit einem ganz starken dribbling Stefaniak. Super Laufweg. Und dann mit dem linken Fuß. Perfekt platziert. Da gab es nichts zu machen. Für Sissoko. Und der Ball geht rein. Das ist das 1 zu 1. Dresden gleicht also aus. Man musste eben warten. Bis hier das Tor für den Gegner fällt anscheinend. Wer weiß woran das hier lag. Und plötzlich ist hier auch was Torumszenen angeht. Alle handlos. Nicht schlecht. Also jetzt beide Mannschaften. Die hier nochmal was versuchen. Stefaniak. Ah schade. Versucht es dort im dribbling. Das hat nicht ganz geklappt. Der Klos. mit dem Ball in die Mitte und Schwäbe ist da. Kann sich jetzt also auch noch auszeichnen. 4 Minuten Nachspielzeit. Also hier ist doch zum Ende viel los. Vor allem ist hier Spannung drin. Kutschke. Ist ja eingewechselt worden. Ist ja noch relativ frisch. Der versucht den auf Stefaniak zu bringen. Und jetzt gibt es nochmal Freistoß. Hauptmann kriegt eine Ermahnung. Für dieses Foul. verdrückt. Äh. Verdrückt. So. Ziani nochmal. Nochmal der Abschluss. Aber Schwäbe. ist da lang nach vorn. Und das war's. Also 1 zu 1 zwischen Dresden und Orléans. Ja. Alles in allem denke ich mal. Geht das in Ordnung. In Halbzeit 1 kamen wir erst sehr gut rein. Haben unsere Chancen nicht genutzt. Wurden in Halbzeit 2 schwächer. Orléans hat unsere Lücken ausgenutzt. Und. Alles in allem. Kann man denke ich sagen. Dass es in Ordnung geht. Kann man denke ich so sagen. Alright. Dann würde ich meinen. War's das für heute. Sollten dann gucken. Dass wir beim nächsten Spiel. Vielleicht mal auf 3 Punkte gehen. Wir gucken mal. Training. Ach hier unten ist es. Und ich hab's die ganze Zeit nicht gesehen. So. Äh. Was sind die Spieler. Die wir. Trainieren müssen. Stefaniak. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich nehm erstmal alle mit Potenzial. So. Hauptmann. Die ist ein ganz starker. Der kann auf jeden Fall da auch spielen. Berko. Genauso. So. Schwäbe. Schubert. Schwäbe machen wir auf jeden Fall. Schubert kann auch richtig gut werden. Aber. Auf den können wir jetzt gerade den Fokus mal noch nicht ganz legen. Lexera. Müller. Wachs. Ja. Nehmen wir mal. Wachs. So. Simulieren das ganze mal. So. Das sind also diese ersten Werte. Genau. Und da müssen wir halt dann immer weitermachen. So. Wir gucken nochmal kurz. Transfers. Ergibt sich da jetzt noch irgendwas? Laie mit Kaufoption. Wir haben ihre Anfrage bezüglich der Auslauf von Benjamin Werbic geprüft und müssen ihn leider mitteilen, dass wir sie ablehnen. Wir möchten Werbic momentan nicht ausleihen. Okay. Dann haben wir immer noch die Hoffnung, dass es bei Pulisic klappt. Ich bin für heute aber erst einmal raus. Bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Beim nächsten Mal geht es dann weiter gegen Bristol City. Die haben ihr erstes Spiel gegen Packswolle gewonnen. Mal gucken, ob wir auch vielleicht unseren ersten Sieg einfahren. In dem Sinne bin ich raus. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss.